Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Katja hat sich erschossen offensichtlich Was zum Teufel ist passiert? Oh mein Gott das Spiel ist so bitter Und jetzt müssen wir Duck töten Katja konnte es nicht und hat sich erschossen offensichtlich Selbstmord Gib mir die Pistole ich werde es tun Wir können das nicht von Kenny verlangen Seine ganze Familie auf einmal verloren Das ist so schlimm Und jetzt müssen wir es tun Wir müssen es tun Er verwandelt sich So leid es mir tut liebe Freunde da draußen Aber wir müssen jetzt Duck erschießen Oh mein Gott Katja und Duck Beide tot Und Kenny natürlich jetzt völlig fertig Die Gruppe wird immer kleiner Und wir müssen immer härtere Entscheidungen fällen Das macht's einem nicht leichter das Spiel Wahnsinn Das macht's nicht wahr Das macht's nicht wahr Okay. What are you thinking about? What Chuck said. What Chuck said? That what happened to Duck would happen to me. The fuck he did? Swear. Sorry. I'm gonna go talk some sense into him. Don't be mad. Hey. How you doing? Rede nicht mehr mit meinem Mädchen. Warum hast du das Clementine gesagt? I don't care what reasons you had for doing it. No reason to go and tell my girl she's gonna end up dead. Because she is. I don't know much about you folks. But I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. But y'all keep going on like this and that girl ain't gonna make it. What do you know? I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah and then what? Das finde ich heraus. Wir suchen ein Boot. Wir tun, was das Beste für Clementine ist. Do, was das Beste für Clementine ist. Oh, well then. You do have it all figured out. Never mind. Look, sit down with the girl and hash it out. Find a map, for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you... It won't. If it were, you gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon. And for crime, and he cut that hair. Du meinst, eine Pistole? Machst du Witze? Sie ist kein kleines Mädchen. Ich bin kein Friseur. I'm not a barber. It ain't gotta be styled. Jesus. You gotta run around with a mop that's gonna act like Velcro to any hands swing in its way. Find some scissors in my pack and take care of that hair before a walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. Okay. Explain to her how they work and not to be afraid. I don't mean to tell you how to do your job. But too many people have died already. They have. And seeing another little girl die, might just do me in. I hear you. A plant, a haircut and a gun. It's good advice. It's something. Chuck, gefällt mir. Hast du Familie? Ich hab den Jungen erschossen. Wohin wolltest du? I shut the kid, you know. I suppose someone had to. What a mess. You said it. Hast du Familie? You have any family? Out there somewhere. Been sort of on my own for the past. Oh, 14 years now. Sorry to hear that. Also bist du obdachlos und ich warte ja auch mal, mich lange in Los Angeles mit einem Obdachlosen unterhalten, der dieses Leben irgendwie auch gerne geführt hatte. Das hat mich sehr verwundert. Aber jeder hat seine eigene Einstellung dazu. Wohin wolltest du? Where are you headed? Uh, that way. I mean, when we get to Savannah. I got a few ideas. We'll have a talk when we get there. About whether or not you folks won't company. Also bist du obdachlos. You're homeless then? Eh, I suppose. I've had homes here and there and they just don't work out. I like a drink, you know. Yeah. Got any? No. Darn. Be safe up here. You betcha. Der gute Chuck. Können wir noch mehr mit ihm reden? Hey. Yo. Scheinbar nicht. Ein sehr intensives Gespräch gerade. Aber das war es wirklich und seine Ratschläge waren nicht verkehrt. Wir brauchen einen Plan. Wir müssen auf jeden Fall auch der kleinen Clementine beibringen, wie man eine Waffe benutzt, falls wir wirklich mal drauf gehen sollten. Oh Mann, der arme Kenny. Willst du immer noch ein Boot? Gibt's hier irgendwelche Stadtpläne? Wegen meiner Vergangenheit. Das waren aber noch nicht alle Sachen, die ich gerne mit Kenny absprechen wollte. Willst du immer noch ein Boot? Ja, irgendwo schon, weil mit dem Boot sind wir wenigstens mal ein bisschen in Sicherheit, wenn wir Nahrungsmittel haben. Da können wir die Küsten lang schippern und dann vielleicht noch ein bisschen was erbeuten. Gibt es hier irgendwelche Stadtpläne? Gibt es hier irgendwelche Stadtpläne? Ich weiß nicht. Ich möchte nur einen mit Clint anschauen, damit sie ein Land hat, wenn wir nach Savannah kommen. Oh ja, wir müssen uns irgendwie um Clementine kümmern jetzt. Das einzige Mädchen, was noch verblieben ist. Oh mein Gott, und Ben ist auch ziemlich down, so wie es aussieht. Kein Wunder. Bei den Sachen, die uns in den letzten Tagen ereilt haben. Sind nicht mehr viele übrig. Wir sind alle obdachlos. Carly hätte nicht sterben müssen. Carly didn't have to die, you know. She would have killed me instead. Yeah, maybe. See you. Oh man. Ist aber auch ziemlich hart, so Ben. Ich meine, wir wissen aber immer noch nicht, wer uns da mit dem Banditen, wer sich da eingelassen hat. War es wirklich Ben? War es vielleicht doch Carly? Oh, hier ist eine Flasche Whisky. Die können wir ihm geben. Einen guten Chuck. Nehmen wir mal mit. Da würde er sich freuen. Und den Rucksack schauen wir auch mal. Eine Schere. So Clementine. Was haben wir denn da vorne? Ein Blutfleck? Wahrscheinlich der von Chuck. Oh mein Gott. Und Clementine. Das Walkie Talkie bereit liegen. in der Hoffnung, dass ihre Eltern sie connecten. Aber daraus wird wohl nichts. Sie sind wahrscheinlich tot. Hey, Clint. Did you talk to him? I did. He had some, uh... He explained himself and made some good points. Look, we're not gonna let anything bad happen to you. But there are some precautions we have to take. Okay. Yeah, that makes sense. Don't worry, sweetheart. Okay. What should we do? Well, we'll figure out a plan for when we get to Savannah. Teach you how to protect yourself and, uh... Tidy up a little. So you can't get grabs so easily. I'd like that. Good. Du musst lernen, dich zu verteidigen. Was für ein beschissener Tag. Was denkst du über Chuck? What do you think about Chuck? I don't know. Me neither. He might be an okay guy, though. You think? We'll keep an open line about him. He's probably had it pretty rough. Du musst lernen, dich zu verteidigen, Clementine. You need to know how to protect yourself. Like hiding or running away? Got it. I mean, with one of these. First, don't be afraid of it. It's just a thing. Take it. But know where your finger is all the time. And don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay. Okay. See? It's not scary. It's heavy. You'll get stronger. To aim, you look right down the top through that notch. Line up the side at the end with your target. Is there anything else I should know? Ducke den Abzug konstant durch. Hol Luft, halte den Arm an und Feuer. Oh, der Tipp mit Ziel auf den Kopf hätten wir ihr vielleicht noch geben sollen. Good. Don't lock your elbows. Okay. Let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly and I'll cover your ears. Nice and easy. Nice and easy. Eee! You okay? My hands hurt. I don't like this. Let's stick with it, okay? Do I have to? Yeah, you do. Ziele links, ziele rechts, halte sie ruhig. Close. Now keep it steady. Close. Now keep it steady. Oh, ziele höher. Ja. Ob das so gut ist, die Munition zu verbraten? Ziele links. Okay. Aim a little bit more to the left. Aim lower. Oh. Close. Now keep it steady. Und jetzt höher. Aim a little higher. Sehr schön. There you go. Nice. Die Flaschensammlung von Chuck wird da zerdeppert. Okay, und nochmal. Sehr schön. Und jetzt sollten wir ihr noch die Haare schneiden. Du hast Clementine beigebracht, sich zu verteidigen. Hey, Cliff. Hi. So, you're probably not gonna like this. Oh, no. What happened? Nothing. We have to talk about your hair. It's not safe. That's not nice. What? Are you saying it smells? No. Because it does. Kinda. Do you remember when Andy St. John grabbed it and I got mad? Yeah. Well, that could happen again. And if it's a walker, well, we need to trim it. Just a trim, right? I need to cut it short enough so that it can't get grabbed. Okay. Haare schneiden. Mind if we do this then? I guess not. Don't mope. It's a good thing. Nope, kein Plan. Wie schwer kann das schon sein? Ja, na klar. So putzig. Nein, es ist anders. Töten ist schlecht. Egal unter welchen Umständen. Killing is bad no matter what. But you do it now to protect yourself. And to protect me. Doesn't make it good. But you have to. I do it because it's necessary. Walkers aren't people. Okay. I think I'm about done. I can probably tear these pieces back with something. Here. I have some hair thingies. You do? Uh, yeah. Lily gave them to me for sleeping. There. All set. Does it look dumb? No. You look cute. And a lot harder to grab. Die gute alte Clementine. Clementines Haare sind jetzt viel sicherer. Und damit haben wir wieder eine gute Tat absolviert. Und dann gehen wir jetzt nochmal nach vorne zum Güterwagen. Und geben unserem Freund Chuck den Whisky. Ich glaube, der wird sich freuen. So als kleinen Dank für seine Hinweise. Und die Tipps, die er uns gegeben hat. Denn das waren keine schlechten Tipps. Zum Glück funktioniert der Zug. Und viele sind wir nicht mehr. Umso mehr müssen wir dafür sorgen, dass alle zusammenbleiben. Und alle zusammenhalten. Wir können uns jetzt wirklich nicht besaufen. Ja, liebe Freunde. Und ich denke, für diese Folge machen wir dann mal ein kleines Päuschen. Und sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bei The Walking Dead. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Freunde. Bis dahin, liebe Freunde.